Es gibt einen neuen Far Cry 5 Trailer, den wir uns mal gemeinsam anschauen sollten. Im neuen Trailer erfahren wir einiges über Fahrzeuge, Waffen und Gameplay. Neben Autos und Schusswaffen winken auch Hubschrauber oder Baseballschläger. Also passend zum amerikanischen Setting. Weiterhin erfahren wir etwas über die uns erwartenden Spielmechaniken. Es wird Regionen geben, die wir auf unsere Seite bringen müssen. Schreiten wir dabei voran, wird das Widerstandsmeter ansteigen und wir erhalten mehr Verbündete im Territorium. In ähnlicher Form kennen wir das bereits aus den Vorgängern der Serie. Außerdem sehen wir einige spezialisierte Begleiter, die wir unserer Gruppe hinzufügen können. Darunter werden Scharfschützen, Flammbärvertragende und andere Verbündete sein. Außerdem wird es offensichtlich Tierbegleiter geben können. Im Trailer ist eine Löwin zu sehen, die einem Menschen die Kehle aufreißt. Das Halsband impliziert, dass die Raubkötze zu uns oder Verbündeten gehört. Insgesamt macht der Trailer Lust auf mehr und lässt die Spannung weiter steigen. Das Release-Datum ist der 27. März 2018. Macht euch darauf schon mal bereit. Wenn euch der Trailer oder das Video gefallen hat, bleibt mit einem Abo am Ball. Euer FragNerd.